und neuen video hier auf meinem kanal seit langer zeit melde ich mich wieder ich bin gerade in holland auf jeden fall filmer hier so ein bisschen hier sind überall sachen die die gibt es in deutschland nicht hier zum beispiel richtig strange habt ihr schon mal so eine capre sonne gesehen ich werde offen jetzt paar sachen kaufen die es bei uns nicht gibt und dann gleich mal schauen wie das schmeckt habe ich mir jetzt entschieden das ist wie power rate das gönne ich mir hier ist auch das lag einfach lose drin jetzt auch kein preisschild ich würde sagen ich kauf es erstmal auf entspannt so jetzt capre sonne hier auf jeden fall zwei stück für 3 29 was irgendwie keine ahnung ich glaube das kostet das zweite drohe nein ich check es nicht eigentlich kostet 79 keine ahnung warum zwei stück 3 29 kost ich glaube obwohl ich habe keine ahnung ich kaufe an beide so ich mal drücken ich lasse es besser kenne ich noch gar nicht also das hier kommt mir sehr bekannt vor aber das gibt es auch immer nicht in deutschland rein in den korb und sonst so süßigkeiten schokolade mag ich eigentlich gar nicht hier so lakritz mäßig auch nicht so nice so ein bisschen stressig weil die schließen jetzt meine kamera ist richtig dreckig ob ich muss jetzt irgendwas zusammensuchen keine ahnung was das ist so geil und tragen natürlich mit pizzen und hier einfach eine pizza bloggese die welche auch immer mit nämlich vorne kühltasche nice schweiß das ist ja hier voll anders bei uns sieht man das so rüber und hier einfach in diesem ob wir sind so richtig viele sachen keine ahnung also ich habe das noch nie gesehen hier ist alles voll mit säfte und keinen kenne ich davon hier zum beispiel was ist das schreiben in die kommentare ob ihr sowas schon mal gesehen habt oder das hier also es ist voll die komische verpacken das ist doch ein saft aber wir sehen können das ist eigentlich auch relativ teuer finde ich nichts davon gibt es in deutschland gar nichts obwohl hier milchschnitte ja lol sprachen lernen so auf jeden Fall ich bin jetzt wieder zu hause und hier ist die tüte also ich habe ein paar sachen gekauft also auch immer ein bisschen was habt ihr schon gesehen und zwar habe ich bezahlt 11 euro 1 ich weiß nicht sieht man das sieht man das auf jeden fall das ist ganz komisch dort ich habe irgendwie 11 euro 1 bezahlen müssen theoretisch aber irgendwie habe ich nur 11 euro bezahlt die runden irgendwie auf und ab keine ahnung zum beispiel wenn ich jetzt mal schön 1099 bezahlt hätte oder hätten müssen dann hätte ich irgendwie 11 euro bezahlen müssen okay wir lassen das einfach also ich habe über 11 euro bezahlt ob das günstig ist ich habe keine ahnung vor habe ich diese pizza geholt wie ihr sehen könnt erst einmal bolognese das ist mega nice die gibt es bei uns nicht wenn ihr sehen könnt die schon im ofen drin also ich bin mal super gespannt bolognese finde ich richtig nice so und zwar gekostet hat sie äh wo steht das 2 euro 79 also das ist ja ich finde das ist okay was kostet die hier ich glaube auch ungefähr so für ein bisschen weniger glaube ich normalerweise esse ich auch nur thunfisch und ja ich bin mal super gespannt wie die schmeckt dann habe ich noch so eine capri sonne gekauft ähm ja und zwar war dann angebot die ist auch ziemlich komisch fruit water ich glaube die hat keinen zucker oder zumindest weniger ob das schmecken wird ich habe keine ahnung dann habe ich mir die hier noch in Pfirsich geholt und zwar war ein angebot eigentlich kostet eine also es war richtig komisch ich verstehe jetzt auch selber nicht 3,79 und zwei kosten 3,79 also das ist richtig komisch irgendwie da wurden irgendwie unten 3,79 abgezogen dann habe ich dieses komische fake parade geholt ich bin mal super gespannt wie das schmeckt das heißt Aquarius oder so also das hat gekostet 1,45 euro ich glaube bei uns kostet das powerade 99 cent oder so aber ich habe keine ahnung zur preise ich weiß nicht ich kaufe das einfach ja ice blue ich bin mal super gespannt wie das schmeckt dann auf jeden fall die hier also ich wusste nicht was ich kaufen soll weil der laden hat er so gut wie geschlossen so die haben schon ein bisschen gehetzt das sind auch immer so Kaubonbons kosten 1,19 und dann das letzte von milka ich dachte erst das wäre katzenfutter aber ist es nicht und zwar diese hier da habe ich sogar die vermutung dass es richtig lecker schmecken wird das gibt es bei uns auch nicht also beziehungsweise ich habe es noch nicht gesehen 1,59 so ich würde sagen zuerst probiere ich das hier der verschluss also mein candy man trinkt da ich mir voll gerne daraus keine ahnung warum das schmeckt einfach es gibt es noch so vielleicht kennt ihr das bei lidl oder aldi so eine art fake powerade und das schmeckt immer genau gleich ich finde das original schmeckt deutlich besser kann man trinken aber noch mal würde ich es nicht kaufen so jetzt kommen wir zu den Kaubonbons da bin ich auch mal super gespannt so die gibt es in verschiedenen farben so ich probiere mal den roten hier ich habe da echt eigentlich meine zähne daumen runter auf jeden fall dafür das ist es mega eklig so jetzt auch immer die Capri so ich bin super gespannt oma gönnt euch mal die ist einfach durchsichtig ok der fokus wenig aber irgendwie spricht mich das design nicht an keine ahnung warum das sieht auch irgendwie aus wie so wasser also ok es heißt ja auch fruity water jetzt sehe ich einfach gerade das ist keine normale Capri sonne ist sondern eher sowas mit einem fruchtkonzentrat drinne glaube ich das schmeckt einfach genau wie wasser mit geschmack es ist mega eklig also wer trinkt das freiwillig das schmeckt also fast nur wie wasser mit zitrone drin also es ist echt da bin ich mal hier auf Peach gespannt also mal schauen Peach sieht genau so aus ob das was wird keine ahnung ich habe auch ein schlechtes gefühl dabei und ohne spaß Ich schmecke einfach kaum ein unterschied es ist echt super eklig so jetzt kommen wir auch mal hier zu ich merke schon hier unten die sind schon ein bisschen zerdrückt das finde ich natürlich nicht so cool so sieht das aus boah es riecht richtig schokoladig geil Das schmeckt Ihr kennt vielleicht diese CornPlex wo auch so Schokofüllung drin ist so schmeckt das nur nicht so trocken richtig geil ich glaube die würde ich wieder kaufen So offenbar wir sind heute die Pizzas fertig gönnt euch mal Sie sieht so nice aus bin mal super gespannt also Bolognese mag ich spagetti Bolognese normalerweise auf Pizza habe ich sowas noch nie gegessen also so sieht sie aus Warum genau auf jeden fall Oh mein Gott die ist so geil das einfach mal Hackfleisch drauf So also das muss ich sagen die Pizzas auf jeden fall mega Bomben das aber auch leider mit diesen hier das einzig was geschmeckt hat Caprisonsorten waren super eklig bei den Cowbombons habe ich auf jeden fall fast die zähne verloren so auf jeden fall das war es noch mal ein Video ich habe ich auf jeden Fall schreibe mal Video Ideen unten in die Kommentare wenn ihr welche habt Auch wenn ihr abonniert kostenlos den Kanal um nichts mehr zu verpassen gebt einen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat und ciao So